Victor! 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 Ey Victor, ich hab dich überall gesucht, man. 10.000 Abonnenten bei YouTube. Gratulation! Weitermachen! Victor, er ist seit einem Jahr dabei und schon mehr Abonnenten als wir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber du machst klasse Videos, wir gönn's dir. Bleib so wie du bist, halt deinen Maul. Und du wirst auch noch die Angelmagazine einholen mit uns natürlich. Wir laden dich nochmal nach Hamburg ein, dann geht's richtig ab. Auch mit den Zandern versprochen. Wir sehen uns auf jeden Fall und wir freuen uns auf weitere Videos mit dir. Ja, eigentlich wollte ich sie über Stickmix reden, aber es gibt was weitaus Wichtiges. Ich geh angeln. Ich gratuliere euch recht herzlich. Und Victor, versprech mir, bei den nächsten 10.000, also bei 20.000 Abonnenten, kommt Conny vor der Kamera. Macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abos. Wirklich eine starke Leistung. Hut ab davor. Ich wünsche dir noch viele, viele weitere schöne Videos. Macht weiter so wie bisher. Ich kümmere mich jetzt um die Zander hier in der Oder und wir sehen uns. Herzlichen Glückwunsch. Zu deinen 10.000 Abonnenten. Wünsch dir. I'm gonna around. Sag mal, Victor, hast du schon wieder deine Kamera liegen lassen? Sag mal, das ist jetzt aber das letzte Mal, dass ich sie dir hinterher sende. Na dann nutze ich gleich mal die Chance und gratuliere dir zu deinen 10.000 YouTube Abonnenten. Eine tolle Leistung, coole Videos, die ihr macht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir auch mal wieder eins zusammen machen. Und ich grüße natürlich auch gleichzeitig hier deine YouTube Abonnenten. Eine gute Wahl, einen coolen Channel, den ihr abonniert habt. Schaut natürlich auch mal auf MyFishingBox und Global Fishing vorbei. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem neuen Video wieder. Also, bis zum nächsten Mal. So, Victor, ein kräftiges Moin. Moin. Wir wünschen dir zu deinen 10.000 Abonnenten alles Gute. Und ja, auch Victor, mach weiter so. Auf jeden Fall eine geile Nummer, was du da gerade abziehst. Bleib am Ball, mach weiter so, was du mit deinem Kameramann auf die Beilingen gestellt hast in so kurzer Zeit. Auch dir liebe Grüße. Mach auf jeden Fall weiter so, bleib dran. Wir gucken jedes Video von euch, ist immer wieder geil, macht immer wieder Spaß. Und nächstes Jahr 20.000, Victor. Bleib dran, mach's gut, tschüss, tschau. Lieber Victor, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Ich gehe angeln, hat voll reingehauen, mega geile Soap, mega coole Folgen auf weitere 10.000 Abos. Herzlichen Glückwunsch und bleib einfach so, wie du bist. Und weißt du was? Ich gehe jetzt angeln. Also, viel Erfolg. Ciao. Hi Victor, ich bin gerade in Stralsund und dachte mir, ich gratuliere jetzt mal zu 10.000 YouTube-Abonnenten. Gratulation. Wer ist denn hier? Gratulation Victor, wir sind hier beim J. Hi Victor. Mach deine Sache weiter so, das fetzt. Und jetzt müssen wir weiter. Yo, wir haben 10.000 Abonnenten erreicht. Danke Leute für die Glückwünsche, sehr geil. Gibt aber jemanden, dem ich ganz besonders danken möchte. Und zwar ist das Konrad, der steht gerade hinter der Kamera. Was wäre nämlich ich geangeln ohne Konrad? Nichts. Genau so ist es. Und allen möchte ich noch danken. Und zwar das bist genau du. Denn was wäre ich geangeln ohne dich? Du bist nämlich genau einer von den 10.000, der gerade ich geangeln schaut. Deswegen denke mal dran, auch du bist ich geangeln. Deswegen ziehe ich heute zur Feier des Tages meinen Hut vor dir. Scheiße, Alter. Ach, wo ist denn einer? Fuck, ey.